servus jungs was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube channel und ja wie ihr seht beginnt heute eine neue ära heute beginnt eine neue serie und zwar die road to icon ja jungs wir machen das nicht so strikt und nach keinem konzept ich habe mir da jetzt nichts abgeschaut von irgendjemand falls diese serie schon auf youtube irgendwie existiert das hat auch nichts wirklich mit dem namen zu tun ich nenne sie jetzt einfach mal road to icon ich denke das stört jetzt einfach keinen es geht einfach darum dass wir uns im nächsten monat versuchen mit allen mitteln die wir finden eine ikone die relativ viel kosten wird für unser team zu ergattern ich werde euch auf jeden fall später noch mein team einblenden das heißt ihr seht wenig schon habe und dass die ikon auch reinpassen würden und wie das ganze dann mit der ikone aussieht es gibt keine bestimmten regeln wir werden im januar die komplette week and click spielen ich habe die letzten wochen ein bisschen trainiert ich weiß nicht ob ich hier einblenden wert aber ich stand hier zum beispiel am wochenende stand ich wieder 11 zu 4 also ich denke da ist auf jeden fall gold 1 mindestens wenn ich sogar elite ränge sind auf jeden fall im januar denke ich drin wenn ich es einfach mal packt die 40 spiele zu spielen was ich mir auf jeden fall vornehmen wird zudem gibt es auch vielleicht noch ein paar trading videos wo ihr dann genau mein konstant seht und wir auch genau darauf aufpassen dass es nur für die ikone ist und dass wir am ende dann und die kunden wirklich leisten können pack openings wird es auch geben allerdings dürft ihr dann nicht erwarten dass ich da jetzt mehrere hundert euro da reinballert sondern dass ihr dann von spcs oder so einfach mal die lösung plus die videos also beziehungsweise die packs dann als videos kommen wir haben natürlich ein großes ziel und das ist eine ikone zu erspielen wie ihr schon im hintergrund seht haben wir den petit den herrnandes cloyver und bergkamp ich werde euch jetzt jede ikone einzeln vorstellen und ein paar worte dazu sagen und am ende seid dann ihr dran in den kommentaren abzustimmen welche von diesen vier krassen ikonen unser ziel von januar unser ziel von dieser road to icon sein soll beginnen wollen wir mit emmanuel petit der franzose 90 90 geratete prime eiken version nicht den 85er nicht den 88er sondern den 90er die prime eiken die kostet momentan 2,1 3 millionen ungefähr 1,2 millionen wenn wir die kaufen allerdings würde ich sagen wir machen definitiv die prime eiken weil die nur eine million kostet wir viele andere spieler natürlich auch absenden können und ich denke dass ich keinen besseren als emmanuel petit der mittelfeld finden werde ich kann mir einfach kein kohle leisten und petit hat schon extrem krasse werte schauen wir mal kurz auf seine werte wir haben hier nen tempo von 77 sprint speed natürlich schweres wort von 76 und ich denke auf jeden fall wenn wir den defensiv spielen lassen bekommt er nen shadow und dann sieht das ganze schon mal ein bisschen anders aus moment shadow drauf gepackt und was sehen wir da er hat ein tempo wert von 89 er hat dann eine beschleunigung von 93 und eine sprint geschwindigkeit von 86 und das ist mal ultra heftig schauen wir auf seinen shooting das ist auch krass der typ hat 90 longshot ohne dass wir diesen wert pushen das heißt wenn der mal aus der zweiten reihe abzieht ist das auch absolut kein wunder wenn der mal reingeht passwert die sind definitiv auch stark für einen 6er weil ich denke 6er ist einfach die beste position für ihn aber er geht auch als ganz normaler allrounder im zentralen mittelfeld das kommt eben auf die formation an ob wir den ihr defensiv wurde dann eher so als achter spielen lassen dribbling ist auch in ordnung für 78 für so einen absoluten abräumen ist definitiv okay und wenn wir jetzt mal kurz die verteidigungswerte anschauen er hat einfach fast überall 99 beim täckeln also ja wenn wir das pushen das ist fast unnötig den zu pushen weil er sowieso schon absolut krank ist wenn wir die m m körper werte mal anschauen hier das ist auch krass wir hatten den körper von 88 ausdauer von dreien von jahren 93 das ist auf jeden fall auch stark springen muss er nicht so hoch ist 178 von dem her auf jeden fall im vergleiche zum beispiel zu lotter matthäus oder so auf jeden fall groß genug weak foot drei sterne ist okay drei stände skills da kann er mal hier nennen den ganz normalen trick skill move hier raushauen aber als sechser braucht er das eigentlich nicht die work rates sind auch absolut perfekt high high und können wir natürlich durch gewisse spieler anweisungen auch noch ein bisschen nach vorne oder nach hinten pushen aber high high das heißt es ist einfach ein laufmonster und mit 93 ausdauer da wird er einfach überall extrem geil spielen wenn wir kurz die in game werte von food bin anschauen wie gesagt ihr seht ihr alles hier gut bin könnte kann ich euch auf jeden fall empfehlen überhaupt keine bezahlte partnerschaft also dieses auf jeden fall die seite werdet ihr sowieso alle kennen innenverteidiger hat den 94 rating das gleich mich schon gut vorstellen dass der absolut krank da spielt aber da ist halt einfach zu gute werte dass man den in die innenverteidigung packt ansonsten hier als defensiver mittelfeldspieler ist er überhaupt der beste würde ich mal sagen weil er auch nach vorne mitarbeiten kann und selbst im sturm hätte da hier eine 83 rating weil er einfach auch noch einen starken abschluss hat long shots vor allem denke ich ist er auch overpowered und das war es hier auch mein wort zu prime icon appetit und wir schauen weiter zur nächsten ikone und das ist der luis stürmwand herrnandes ihr werdet ihn wahrscheinlich von fatal von benji schon kennen und auch schon sehen dass er extrem stark spielt er kostet ungefähr 1,15 millionen wenn wir ihn kaufen auch hier werden wir die prime icon machen am ende seht ihr auch was die alle kosten was ist sein vorteil sein vorteil ist definitiv sein tempo mit einer beschleunigung von 94 und einem einer sprint geschwindigkeit von 91 ist er definitiv ein absoluter striker sein finishing ist auch absolut geil mit 91 das heißt der typ wird die bälle vorne einfach einbauen sein passwert ist nicht so stark aber das brauchen wir auch ehrlich gesagt nicht wenn wir den als striker spielen lassen dribbling ist absolut stark das können wir auch noch ein bisschen pushen genauso wie sein schutz und seine physik ich weiß nicht was wir da für ein chemistisch teil hier ein drauf packen ob das dann haut ist oder vielleicht auch dieser wollen wir den den max man das könnte ich mir auch gut vorstellen dass die physik werte einfach noch ein bisschen gepusht werden weil tempo braucht ihr einfach nicht mehr und das sieht dann schon extrem geil aus wenn wir hier noch sein zum beispiel seine jumping werte angucken also wie hoch der springt das ist jetzt ungepusht bei 89 glaube ich schlecht diesenfalls was ist denn das sicher sind jetzt nicht aber ist egal das auf jeden fall extrem auch stark der hat ich habe ihn als leihspieler mal versucht da hat er mich nicht ganz überzeugt aber da war ich einfach das war schon länger her direkt wo er rausgekommen ist er hat aber trotzdem er hat glaube ich fünf kopfball tore von insgesamt an 20 ton gemacht also das ist auf jeden fall mit seinem jumping ist er auf jeden fall auch im kopfball stark skill moves hatte vier sterne was ganz ganz wichtig ist für meine offensiv leute week food drei sterne ist in ordnung kann man mit leben 1m 75 jahr der ist einfach schnell quirlig und nicht so der der riese sozusagen der dann irgendwie die kopfball duelle gewinnt aber da der rennt den gegenspielern einfach weg auch hier machen wir die prime icon hat high medium von den work rates ist meiner meinung nach fast optimal für den stürmer nach hinten ein bisschen mit nach vorne extrem mit und das war auch mein wort jetzt zur prime icon von herrnandes der schon rausgekommen ist wir gehen weiter zum nächsten spieler der nächste spieler ist dennis bergkamp ex arsenal spieler prime icon version 92 rating ein extrem hohes rating der kostet momentan 1,7 millionen wenn wir den kaufen wenn wir die prime icon allerdings machen kostet die maximal eine million und wir schauen uns einfach mal seine werte an seine tempo können wir definitiv mit dem chemistry style hunter pushen ob wir da vielleicht noch einen anderen nehmen wo auch das tempo pusht weil der schuss einfach schon optimal ist das sehen wir dann das geht jetzt aber nicht darum wir haben hier einen tempo dann von 99 beschleunigung eine 93 sprint geschwindigkeit das fühlt sich meistens nicht immer so an wir schauen einfach mal kurz die normalen werte noch an mit basics wird es auch hier passen kann man dann irgendwie aufstellen jup finishing hatte 93 und das ist wirklich die waffe ich probieren gerade selber als leicht spieler aus ich habe acht spiele mit dem gespielt das war die weekend league union ich habe glaube ich ein spiel mit ihm verloren und sonst was was krass ist ich habe ihn mit 4 3 2 1 gespielt mit sané und und bayle rechts der typ hat einfach mehr vorlagen als tore geschossen ich weiß nicht an was das liegt er hat einen absolut krassen passwert und hat irgendwie so diese fähigkeit auch einen sané der schießt einfach in der weekend league da mal kürzen den hat trick und alle tore vorbereitet von bergkamp ich weiß nicht an was das liegt vielleicht an meinem spielstil auf jeden fall hat er einen absolut fett im schuss er hat krasse passwerte krasse dribbling werte physik ist so naja da kann man vielleicht noch was pushen mit diesen 78 physik hier mit seinem körper die ausdauer ist mit 285 ist auch vollkommen in ordnung da kann man vielleicht den körper noch ein bisschen pushen er ist jetzt so 183 groß hat medium medium er wird kreis das ist okay ich denke ich fand es hat nicht gestört also mit die medium war echt okay nach vorne war er trotzdem immer da und nach hinten hat er trotzdem sagen wir so einfach die bälle abgeholt obwohl ich abwehr überlaufen hatte das fand ich eigentlich ganz nice weil er die bälle dann einfach verteilt hat vier sterne week food vier sterne skills perfekt da brauchen wir nicht mehr wir brauchen die keine fünf sterne week food das reicht mir vollkommen mit vier sterne der hat sowieso einen krankenschuss vier sterne skills extrem wichtig für den stürmer wie schon gesagt ansonsten ja ich denke ich würde ihn definitiv als striker spielen lassen am ende wird auch noch mein team eingeblendet und ja ansonsten haben wir das hier schon relativ ja ausführlich erklärt die prime icon von bergkamp ihr seht ja selber die werte könnt ihr euch selber eine meinung darüber bilden der nächste spieler ist keine prime icon die prime icon von patrick cluivert ist noch nicht draußen da können wir die noch nicht machen ich rechne aber allerdings damit dass die extrem teuer wird weil die absolut fette werte wir schauen uns den 88er an mit 650k wer die definitiv die billigste ikone die es gibt das heißt einfach ja der ist auf jeden fall von der preis leistung kann man den auch mal betrachten wenn die prime icon rauskommt können wir definitiv vielleicht auch eine road to prime icon dann raushauen wenn ihr euch für den spieler entscheidet schauen wir seine werte an er hat ein eine sprint geschwindigkeit von 86 eine beschleunigung von 86 liegt damit auf jeden fall höher als bergkamp und natürlich niedriger als hannes dafür hat er einen schuss der ist so durchschnittlich mit 86 finishing denke ich man kann dem definitiv den hunter geben und mit hunter rasierte definitiv noch viel mehr schaut euch das mal an wir haben hier die das ist absolut krass also meine meinung ich hätte ihn auch nicht reingenommen wenn ich nicht so überzeugt gewesen wäre von dem ich habe ihn mir leider noch nicht geholt aber ich bin er ist einfach die einzigste ikone die also mit die einzigste ikone die nicht so viel kostet und die einfach absolut krass ist wenn ich den mit bergkampf vergleich sehe ich da fast kein der schuss ist natürlich klar aber ihr müsst mal schauen der kostet fast die hälfte nur naja wir gehen weiter mal in den werten wir haben hier einen finishing von 86 das ist wie gesagt in ordnung passwerte sind mit fast 80 auch definitiv in ordnung als striker dribbling ist vielleicht nicht so das höchste da müssen wir auf jeden fall vielleicht beim chemistry 2 schauen ob wir vielleicht doch noch das dribbling irgendwie nach oben pushen können physics er hat auf jeden fall einen stärkeren körper als bergkamp würde ich mal sagen er ist auch wie wir hier sehen 1,88 groß das heißt er ist ein tick größer und ist einfach ein bisschen ein bulligerer stürmer obwohl er schneller ist er hat einen definitiv schlechteren schutz als bergkamp hat er ist allerdings schneller körperstarker und auch größer er hat vier sterne vier sterne genauso wie bergkamp ist stark hat allerdings high low work rates das heißt er wird nach hinten eher weniger sein was allerdings denke ich kein problem sein wird wenn er extrem viel nach vorne mitarbeitet weil er eben dieser strafraum stürmer ist der die dinge einfach rein baller Ja ich weiß nicht was ich noch dazu sagen soll ihr seht ja selber die werte und ich denke das habe ich auch jetzt relativ ausführlich erklärt ich sage euch jetzt nicht viel dazu wen ihr nehmen kann wir schauen noch mal kurz auf die übersicht hier haben wir die übersicht von unseren icons die zur wahl stehen wir haben den repetit der ungefähr eine million als als prime icon kosten wird dann haben wir den herrn anders der ungefähr 800 kreis prime eiken kosten wird dann haben wir den glück während der trade ablewehr und die auch dahin auf die prime icon dann vielleicht hinarbeiten können die was weiß ich wann kommt ne 640 kaffeine und bergkamp kostet genauso viel wie petit eine eine million ungefähr was man beachten muss wir sind hier vielleicht auch mit durch and trade spieler nicht mehr bei einer million das heißt ich habe ja einen püro gemacht einen buch vor 89er die werden das rating natürlich auch drücken und dann müssen wir nicht mehr so viel ausgehen das heißt wir können denke ich mal noch 100k hier runter rechnen 900 k 700 k 640 kreis und 900 kreis ganz grob jetzt geschätzt road to eiken entweder den absolut bulligen und krassen allrounder petit den schnellen quilligen herrn anders oder den absolut starken offensiven allrounder also nicht allrounder aber der typ ist schnell und ist abschluss stark gefällt mir auf jeden fall sehr gut der patrick wo wir auch die prime eiken hin arbeiten können und ihn dann theoretisch auch wieder verkaufen können oder die letzte prime eiken berg kam noch nicht so lang draußen ich würde sagen jetzt ist es an der zeit dass ihr mal in die kommentare guckt und unter dem ersten kommentar von mir in den kommentaren einfach mal in der like für den spieler den ihr am liebsten hättet in dieser road to eiken am ende werden wir uns ihn tatsächlich kaufen und das geht jetzt vielleicht einen monat je nachdem wie es läuft das entscheidet auch ihr mit was wir alles machen werden ihr dürft jetzt auf jeden fall abstimmen welcher ikone euch am liebsten gefallen würde was ihr denkt was in mein team reinpasst ich werde euch jetzt noch mal kurz mein team einblenden damit ihr seht wie das am ende dann ja passt wird ich würde auf jeden fall die formation umstellen falls wir jetzt irgendwie also das heißt costa wird dann in eine andere formation rutschen das heißt es wird auf jeden fall passen ihr müsst euch jetzt nicht wegen meinem team oder wegen sowas gedanken machen und jetzt ist wie gesagt die rolle liegt jetzt an euch ihr dürft entscheiden welche ikone wir machen werden auf welche wir hinarbeiten werden ich hoffe euch hat das video gefallen ich bin auf jeden fall mega halb die serie wird denke ich einmal pro woche mindestens kommen wir werden die weekend league spielen vielleicht auch squat battles mal spielen dass wir einfach ein paar coins haben und dann werden wir alle coins sammeln und und am ende uns eine von diesen absolut kranken ikonen leisten können ich wünsche euch noch einen schönen tag ich wünsche euch einen super start ins neue jahr bleibt immer ganz ruhig beim fifa spiel nicht dass eure nerven hier zu schnell kaputt gehen ja ist klar haut rein jungs wir sehen uns beim nächsten mal und ciao